Nachdenkseiten. Die kritische Website. Das Verwaltungsgericht Osnabrück hatte bereits vergangene Woche auch unter Bezugnahme auf die RKI-Protokolle befunden, dass die während der Corona-Politik eingeführte einrichtungsbezogene Impfpflicht und Teile des sogenannten Infektionsschutzgesetzes möglicherweise verfassungswidrig waren, wie etwa der BSW-EU-Abgeordnete Friedrich Pörner in der Berliner Zeitung schreibt. Der Präsident des Gerichtes, Gerd Armin Neuhäuser, sagte bei der Verhandlung unter anderem, die Kammer hat nicht bloß Zweifel, sie ist überzeugt, dass bestimmte Grundrechtsbegriffe in der Pandemie verfassungswidrig waren. Und weiter, aufgrund der nunmehr vorliegenden Protokolle des Covid-19-Krisenstabs des Robert-Koch-Institutes RKI sowie der in diesem Zusammenhang heute durchgeführten Zeugenvernehmung von Prof. Dr. Schade, Präsident des RKI, sei die Unabhängigkeit der behördlichen Entscheidungsfindung infrage zu stellen. Nach Überzeugung der Dritten Kammer des Verwaltungsgerichtes Osnabrück, die den Fall verhandelte, sei der damalige § 20a des Infektionsschutzgesetzes IFSG im Laufe des Jahres 2022 in die Verfassungswidrigkeit hineingewachsen, wobei eine verfassungskonforme Auslegung nicht möglich sei, wie Bastian Baruka zitiert. Die Kammer wird das Verfahren nunmehr dem Bundesverfassungsgericht vorlegen. Verhandelt wurde laut Medien die Klage einer Frau aus Quarkenbrück, die im Jahr 2022 nicht weiter ihrem Beruf als Pflegehelferin nachgehen durfte. Grund, sie hatte keinen Nachweis vorgelegt, laut dem sie gegen Corona geimpft oder von dem Virus genesen gewesen sei. Es ging um die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht. Das Verfahren soll nun dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt werden, wie es in einer Pressemitteilung des Verwaltungsgerichtes Osnabrück heißt. Die Kammer wird das Verfahren nunmehr dem Bundesverfassungsgericht vorlegen und ihm die Frage stellen, ob § 20a Infektionsschutzgesetz IFSG in der Fassung vom 18. März 2022 mit Artikel 2 Absatz 2 S.1 und Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz vereinbar gewesen ist. Friedrich Pörner schreibt über die potenzielle Bedeutung des aufsehenerregenden Beschlusses von Osnabrück. Auch im Zusammenhang mit den bei der Verhandlung thematisierten RKI-Protokollen. Das weckt Hoffnung. Hoffnung, weil sich Richter jetzt trauen, das Vorgehen in der Corona-Zeit ehrlich und ungeschönt anzusprechen. Da ist eine Kammer, die mit drei Berufsrichtern, also ausgezeichneten Juristen, die einrichtungsbezogene Impfpflicht für verfassungswidrig hält. Das alleine hätte vor einem Jahr für einen Skandal gesorgt und die Richter in die Querdenker-Ecke gestellt. Wenn sich die Richter überhaupt getraut hätten, so einen Beschluss zu fassen. Jetzt aber erreichen die RKI-Protokolle endlich auch die Welt der Richter und andere Juristen. Die ersten Berührungsängste sollten abgebaut sein. Zitat Ende. Ein Fazit daraus lautet, Im Artikel werden weitere juristische Hintergründe geschildert. Und er erinnert daran, dass sich das Bundesverfassungsgericht mit der Verfassungsmäßigkeit des § 20a Infektionsschutzgesetzes, der von Dezember 2021 bis Ende 2022 galt, bereits beschäftigt hatte. Mit Beschluss vom 27. April 2022 sei das Gericht zu dem Ergebnis gekommen, dass das angegriffene Gesetz verfassungsmäßig sei. Eine Entscheidung, so Pörner, die weitreichende Auswirkungen hatte. Zitat, Leid und Unverständnis verursachte und in vielen gerichtlichen Entscheidungen als Begründung herangezogen wurde. Auf andere Entscheidungen des Verfassungsgerichts zur Corona-Politik waren die Nachdenkseiten etwa 2021 eingegangen, unter anderem in dem Artikel Verfassungsgericht – Rückenwind für autoritäre Politik. Er ist im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Der Autor und Datenanalyst Tom Lausen zitiert bei News einige Dialoge zwischen dem als Zeugen vernommenen RKI-Chef Lars Schade und dem Osnabrücker Richter, der etwa fragt, war die wissenschaftliche Freiheit des RKI intern eingeschränkt? Schades Antwort, ich kann mich nicht genau erinnern, aus damaliger Sicht habe ich das so gesehen. In einem weiteren Wortwechsel fragte der Vorsitzende Richter, gab es direkte Einflussnahme? Die Antwort von Schade, ja, selbstverständlich, Beisungen nehmen wir entgegen. Verantwortungsloser Widerstand gegen die Corona-Aufarbeitung Ich begrüße das Urteil von Osnabrück. Zwar bin ich wegen der bisherigen Erfahrung mit der nicht stattfindenden Aufarbeitung der unangemessenen und gefährlichen Corona-Politik, sowie der sie begleitenden Hetze gegen Andersdenkende nicht ganz so optimistisch, wie etwa der in diesem Artikel zitierte Friedrich Pörner. Aber das Urteil und die möglicherweise kommende Behandlung des Themas durch das Bundesverfassungsgericht dann nicht mehr in einer Atmosphäre der akuten Corona-Propaganda und auf Basis der zugänglichen RKI-Protokolle kann das Zeug haben, den verantwortungslosen Widerstand gegen eine angemessene Corona-Aufarbeitung ein Stück weiter zu schwächen. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.